Jo, was geht meine lieben Soccer Junkies? Ich bin euer Janubis und heute mit dem TS ist der Mitte. Wir quatschen ein bisschen über Call of Duty und währenddessen spiele ich eine Runde Black Ops. So, Mikro ist auch richtig an, dann haben wir keine Stimmenverzerrung während der Aufnahme. So, und gucken, Crysis, die Map kenne ich, glaube ich, ja die kenne ich schon, gut. Also, mehr oder weniger. Wait! Ja, Call of Duty, ich sag mal so, ne, wir haben in letzter Zeit viel, viel Scheiße gebaut. Aber hoffentlich wird es nicht so bleiben. Ja, mit dem... Auch wenn ich noch nie ein Call of Duty gekauft habe. Marc, ganz angeschrieben. Da werde ich angestupst oder angeschrieben in TeamSpeak. Läuft, gerade während der Aufnahme. Ne, das war, das war... Ich habe jetzt schon 6er Abschuss. Läuft. Schön, Drohne am Stüffel. Kriege ich ein Dings dafür. Ja, da holen sie mich. Ja, morgen 3... Was? Wieso kriege ich einen 6er Abschuss, wenn ich drin nur 3 habe? Läuft. Okay. Ey, ich spiele gerade so grottig in Rocket League. Bist du das nicht immer? Na, jetzt nicht mehr. Was? Lol. Der steht da einfach hinter mir? Okay. Wenn ich mit dir spiele, spiele ich irgendwie immer grottig. Keine Ahnung warum. Weil du grottig bist? Ne, aber ich hoffe jetzt mal... Muss halt irgendwie eigentlich... Fail. Ja, nein, ist klar. Da ist wieder dieser kaputt. Alter, den hatten wir ja vorhin schon. Scheiß Hacker. Ja, wenn... Wegen einem... Einzucker gehen. Ja, und er holt mich schon wieder... 4-4 jetzt schon. Ich geh negativ. Ja... Scheiß. Scheiße Fail, ey. Ah, haben sie den schneller geholt wie ich? Wow. Mein Mate hat 0 Punkte. Schöner Double Kill. Ja, der war wirklich schön. Den hast du doch gar nicht gesehen, äh? Was war das, Alter? Ich war direkt auf ihn drauf. Nee, erst hab ich den kaputt geholt und dann noch einen anderen. Das war richtig nice. Nee, aber Call of Duty, ich weiß nicht. Ich bin bisher wenig geflasht von, äh, World and War 2. Also den Leak jedenfalls. Ja, man hat ja noch nichts, weiß man davon. Ja, ne. Ja. Lol. Er holt ihn einfach mal schneller. Ich... Also wenn man... ...wollt ist, eins rauskommt, äh, wo... ...gut aussieht. Aber... ...ich... ...sag noch nicht irgendwie, ja, das wird richtig geil und so. Weil, kann ja sein, dass sie dann irgendeine Scheiße einbauen. Ja, der... Das erste World and War, muss ich sagen, war jetzt damals ein Hype. Ne, war cool, haben sie gesagt. Ich hab's nicht... Ich hab's auch nicht gespielt. Obwohl, was heißt nicht gespielt? Ich hab's damals mal auf der PS3 gezockt. Bein... ...kollegen. Oh. Wo ist denn, ne? Da, und... Oh, von zwei Seiten. Ich hatte eine vorhin drum gekämmt. So, das sind aber irgendeine Map, die... Mein Mail... Oh, ich... Oh. Die ich nicht kenne. Wie, man schon wieder ausrasten könnte. Ich. Oh, jetzt war's auch ein Rass. Den hab ich geholt, sehr schön. Damit hab ich den auch geholt, sehr schön. Da ist noch ein dritter. Den... Der wurde mir gesnackt, ey. Aber, ähm... Ich sag mal so, die aktuellen Teile waren... ...einfach nicht. Black Ops 3... Keine Ahnung. Black Ops 3 fand ich jetzt... Es ging, aber... Es war auch nicht so... Ich fand's richtig kacke. Das war die schlechtere Imitation von Titanfall. Die so richtig verhauen haben. Auch in Final Warfare, ich weiß nicht, aber... Das... Nein. Ich hab's jetzt nicht wirklich gezockt, ne? Also, ich muss sagen... Das, was ich gespielt hab, war ganz okay, aber, ne? Der Rest... Ich weiß nicht. Ich hab's nicht gespielt, aber... Also, der... Ähm... Der Trailer... Was sagt man Trailer? Keine Ahnung. Von dem Spiel, der sah, finde ich nice aus. Aber das Spiel an sich, das wurde irgendwie nicht ganz so richtig. Ja, kein Wunder mit ACDC. Kleinen Moment mal eben. So, da bin ich wieder. Ne, aber, ähm... Ich weiß auch nicht. Also... Ich fand's nicht so gut. Hat mich wenig geflasht, obwohl mein Kollege sagte... Boah, in Story-Modus, das mit dem Weltraumschlachten soll wohl der Hammer gewesen sein. Aber das war's dann auch. Der Rest war eben halt Call of Duty, ohne... Äh... Große Veränderungen, nur eben halt... Dieses Gejumpe wieder dabei. Ich spiel jetzt. Ich spiel das nicht nachher. Ey, hast du schon mal Insurgency gespielt? Bam! Komm, gib mir doch den Kill, alter. Die Nate war doch direkt auf den drauf, was soll das? Äh... Ne, hab ich noch nicht. Ich find ich viel nice. Jo, gut. Es ist real gemacht. Genauso wie der zweite Weltkriegsteil davon. Genauso. Eben hier in der Seite verstecken. Ah, den was? Aber ich muss noch auf jeden Fall was an meiner Klasse tun. Die ist auf jeden Fall noch nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Ich hab eine weitere Erweiterung davon gespielt. Also da hatte jemand auch dieselbe Waffe wie ich. Ne? Nur eben halt, äh... Ich sag mal... Ich sag mal... Ja... Ja... Schon mit Schalldämpfer, Griff und sowas. Also... Ne? Ja. Und der Spionagefluster geht in die Luft. Ah, mies. Den hab ich verfehlt. Den haben sie sich ges... gediegen geholt. Ja, und... Ein leckerer. Oh mein Gott. Er hat mich... Wirklich schon... Äh... In der Blendgranate. Und was ist? Ja, und hier haben wir einen Camper. Gut. Zu wissen. Ein Camper, ein Team. Versöhnliches Boden-Luftgeschütz unterwegs. Ha! Hast du versucht, wa? Oh, da standen sie dann zu zweit. Okay. Läuft bei denen. Hier war doch gerade noch einer. Ich hab ihn gesehen. Aber okay. Der ist weg. Wollen wir nicht hinterherlaufen, ne? Oder auf Krampf was versuchen. Ja, okay. Läuft. 6 zu 4. Ne, aber... Äh... Call of Duty an sich... Was war das jetzt bitte? LOL. Verzieht meine Waffe richtig? Ja, okay. Da wartet er schon. Den hab ich... Den hab ich. Den hab ich. Wow. Call of Duty wie Call of Duty wie zum Beispiel Skill, na? Ah ja, das hab ich gespielt. Die, ich sag mal, auf Free-to-Play-Ebene fast dasselbe wie Ethan. Mich hat Skill eher an die Score erinnert, aber irgendwann hat das Anti-Viren-Programm einfach so immer geschlossen. Ja, da sind halt auch einige Hacker drin in meinen Augen, ne? Und das nicht übel ist. Boah, ich spiel jetzt hier den Machine Gunner einfach mal... Ah, es gibt mittlerweile so viele Konkurrenten zu Call of Duty. Äh, dass man sich echt mal fragen sollte, ob man sich überhaupt noch ein Call of Duty holen sollte, ne? Ja. Wo ist denn der jetzt? Ja, aber die haben halt nicht so... Die haben wirklich schlechte Teile rausgebracht. Wenn's einen guten Teil gibt, Marc... Ja, dann hole ich ihn mir natürlich auch. Dann, ja. Aber ZB jetzt, äh, punkto auch Call of Duty Black Ops 1. Äh, in meinen Augen ein Teil, wo ich mich frage, war der so, wie der jetzt zu spielen ist? War der auch schon damals, als er rauskam, so gut? Ich glaub nicht. Ja, und 9 zu 5 mit 3 Assisten. Ich würd mal sagen dafür, dass ich eigentlich gerade erst angefangen hab in Call of Duty Black Ops. Und dazu, äh, eigentlich kein Call of Duty Spieler bin. Ganz in Ordnung. Und, ähm, was ist denn eure Meinung zu Call of Duty? Schreibt's mal in die Kommentare. Aber ich persönlich finde, dass sich in, äh, Call of Duty mehr oder weniger einerseits was Gutes getan hat, andererseits als, sag ich mal, ja, viel zu viel Schlechtes auch. Und damit, meine lieben Soccer-Junkies, bin ich raus und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Ciao.